Die Bestrafung des mohammedanischen Richters, Kaji, Chedanyam Bhagavata, Madhya Kanda, 23. Der Held von Vaikuntha, in Klamanarayana, spielt mit dem ihm lieben Nityananda und allen Bhaktas im Raser des eigenen Namens. Jede Nacht fand Kirtan statt, doch diejenigen, die nichts davon sehen und hören durften, schmähten über die Bhaktas und ihr Thun und lästerten sie. Im Kali-Yuga? Weischnabas? Das gibt es nicht. Das sind alles Leutchen, die nicht genug zu essen haben. Man sollte sie alle in die Ganga werfen. Der Nimaipandit hat die ganze Stadt verseucht. Einige versuchten mit List und Tücke hereinzukommen, wenn Kirtan stattfindet. Es tut vielen weh, dass sie nicht herein dürfen. Sie bitten Bhaktas, ihnen dazu zu verhelfen. Doch den Dienern Chaitanyas ist bekannt, dass der Prabhu allwissend ist und aus Furcht nimmt kein Bhakta einen Nicht-Bhakta mit. Ein Asket in Navadvip, ein sehr guter Mensch, der nur von Milch lebte, begehrte Prabhus Kirtan sehen zu dürfen. Er bittet Shrivas täglich, ihn in das Haus hereinzulassen, damit seine Augen ihren Sinn dadurch erfüllen können, dass er ihn tanzen sehe. Angesichts der Lauterheit seines asketischen Lebens beschließt Shrivas, ihn im Hause zu verbergen. Der Herr der Welten tanzt im Kreise seiner erwählten Bhaktas. Diese singen, Krishna, Rama, Mukunda, Murari, Vanamali und Nityananda und Advaita tanzen und singen zusammen. Außer Hari rufen, ist nichts zu hören. Bishwambara ist in Tränen. Er zittert. Seine Herrchen sträuben sich. Er brüllt. Doch er, der alles erkennt, weiß, was in den Herzen ist. Er weiß, dass der Brahmane verborgen ist und bricht den Tanz ab. Er sagt, dass er heute kein Prima-Yoga habe. Es müsse sicherlich jemand verborgen sein. Und Shrivas sagt in Furcht. Bravo! Kein Heuchler ist hierhergekommen. Nur ein edler Brahmane, der lauter ist, nur von Milch lebt. Er hat großes Begehren, deinen Tanz zu sehen. Und er ist hier verborgen. Prabhu, Vishwambara, befiehlt den Zorn. Werft ihn sofort aus dem Hause. Sofort. Er hat nicht die Shakti, meinen Tanz zu sehen. Bedeutet Milch trinken, Bhakti zu mir zu haben? Prabhu reckt die Arme in die Höhe und sagt, Milch trinken führt nicht zu mir. Wenn ein Kastenloser bei mir seine Zuflucht nimmt, der ist mein und ich bin sein. Doch wenn einer ein Sannyasi ist und nicht bei mir Zuflucht nimmt, der ist nicht mein. Ich werde jeden zu Staub machen, den ich hier sehe, in Klammer, und der nicht bei mir seine Zuflucht nimmt. Der Brahmane verließ in großer Furcht schnell das Haus und dachte, Dass ich ein klein wenig sehen durfte, ist mein gutes Geschick. Unerhört ist das Tanzen. Unerhört ist das Kirtan. Meinem Vergehen entsprechend wurde mir gedroht. Nur einer, der Gott dienen will, wird so denken. Nur einer, der Gott dienen will, wird freudig Prabhus Strafe auf sich nehmen. Wie Schwambera, der innere Zeuge, in allen Wesen wusste, was in ihm vorging, und ließ ihn zurückrufen. Prabhu setzte die Lotuses seiner Füße auf sein Haupt und sagte, Lass dir das Käse. Erkenne, dass Vishnubhakti das Allerhöchste ist. Der Brahmane weint in Glück und denkt ununterbrochen an Prabhus Erbarmen und alle rufen, Harrii! Auch andere Stadtleute sind voller Trauer, dass sie dieses Kirtan nicht sehen dürfen. Und viele sind sogar recht ärgerlich und meinen, wenn wir alle Bhakti hätten, dann dürften auch wir zuschauen. Einige sagen, lasst uns geduldig warten, Der Nimaipandit wird die Welt erretten und mitten unter uns in der Stadt überall an jedem Tor Sankirtan tun. Tagsüber kommen die Stadtleute, um Prabhu in seinem Haus zu besuchen, mit Geschenken, Blumen, geschmolzener Butter und so weiter. Und sie werfen sich vor ihm nieder. Prabhu sagt zu ihnen, Mögt ihr Krishna Bhakti haben? Es gibt nichts außer Krishna, seinen Namen, seinen Eigenschaften, und er gibt allen die folgende Unterweisung. Vernehmt in Freude den großen Mantra von Krishnas Namen. Dies ist der große Mantra, murmelt ihn in regelmäßiger Weise. Alles wird euch dadurch zuteil werden. Es gibt keine Regeln, die das Aussprechen dieses großen Mantra einschränken. Sitzt in Gruppen von fünf bis zehn zusammen vor den Türen eurer Häuser und tut folgendes Kirtan und schlagt mit der Hand den Takt dazu. Also tut Sankirtan mit euren Frauen, Kindern und Eltern zusammen. Fußnote 443 Zuerst gibt er ihnen Bhakti-Shakti und dann den großen Mantra und Sankirtan. Der Mantra ist von jedem für sich allein, doch ohne Rücksicht auf Zeit und Ort zu pflegen. Das Sankirtan kann gemeinsam getan werden. Sie, die den Mantra aus seinem Munde erhielten, waren voller Freude. Sie werfen sich vor ihm nieder und gehen nach Hause. Alle murmeln den Mahamantra und denken an die Lotose seiner Füße. Da er ihnen Bhakti-Shakti gegeben hatte, wurden sie zum Erkennen befähigt. Und am Abend saßen sie vor ihren Türen und mit den Händen den Takt schlagend, taten sie Kirtan. Auf diese Weise setzte er das Sankirtan in jedem Stadtviertel ein. Der Sohn der Saji ging zu ihnen, umarmte sie, gab allen einen Blumenkranz, den er um den Hals getragen hatte. Und mit einem Strohhalm im Mund, als Zeichen dafür, dass er sich erbärmlich zu sein dünkte, sagt er, O Brüder, verehrt Krishna Tag und Nacht! Alle weinten, als sie Prabhus Gestalt sahen, und mit Leib und Geist und Worten taten sie Sankirtan. Alle Stadtleute schlagen voller Freude den Takt zu Rama Narayana. Sie nahmen die Trommeln und andere Musikinstrumente, die zur Zeit des Festes der Durga, in Klammer im Oktober, in ihren Häusern waren, begleiteten damit das Sankirtan. Und in der Stadt tönte die Melodie Hari Rama, Rama Hari, Rama Rama, der Name des Brahma. Fußnote 444 Das Brahma ist hier nicht in der eingeengten Bedeutung der Kyanis zu verstehen, sondern es bedeutet Gott. Da kommt der Bananenverkäufer Schridda des Weges, und mit lauter Stimme singt er den Namen Haris, und er, der Diener Chaitanyas tanzt, überwältigt von Glück. Die Stadtleute tanzen im Kirtan um ihn herum. Die Gottabgewandten verspotten ihn und lachen. Der Bananenverkäufer, ein Weischnaber, kein Gewand und keinen Reis im Magen, und er zeigt den Leuten, was ein Bagta ist. Und alle um ihn herum haben die Instrumente, die nur zur Verehrung der Dürger benutzt werden sollen, zu ihren Rummel herbeigebracht. Also singen die Stadtleute jeden Tag im Kirtan. Und eines Tages kommt zufällig der Kaji. Er hört das Sankirtan. Der Kaji wird ärgerlich. Er denkt an seine Heilige Schrift, in Klammer, das heißt, er wird fanatisch. Und er weist seine Leute an, die Sänger festzunehmen. Alle fliehen. Diejenigen, die gepackt werden, lässt er schlagen. Er ließ die Instrumente zerbrechen. Da es Nacht wurde, sagte er, für heute wolle er noch Nachsicht haben. Doch wenn er so etwas noch einmal sehen sollte, da werde er sie alle zu Mohamedanen machen. Täglich kam er. Und mithilfe jener Hindus, die gegen die Bagdas waren, spürte er auf, wo Kirtan stattfand. Die Stadtleute verbergen sich, doch die feindlichen Hindus verraten sie an den Kaji. Der lässt sie schlagen und die Gottabgewandten sagen. Den Namen Haris muss man im Geiste sagen. Die Puranas und so weiter ordnen ja nicht an, dass es mit Lärm geschehen solle. Das ist die Strafe dafür, dass man sich über die Schastras hinwegsetzt. Es geht jetzt um unsere Kaste. Ja, der Stolz des Nimei wird schon verschwinden, wenn er vor den Kaji kommt. Nityananda, der überall herumläuft und spielt, dessen Tag wird auch noch kommen. Geziemt es sich, dass sie uns Gottlose nennen? Die Stadtleute gehen zu dem Herrn und sagen ihm alles. Aus Furcht vor dem Kaji können wir nicht mehr Kirtan tun. Der Kaji geht mit vielen Leuten in der Stadt umher. Wir wollen Navadvip verlassen und irgendwo anders hingehen. Da wurde Bravo zornig und machte die Gestalt Rudras, des Weltzerstörers, sichtbar und brüllte Humkara. Die Leute fassten sich an die Ohren und rufen, Hari! Bravo sagt, Nityananda, geh sofort zu allen Vaischnavas und sage an, dass ich heute in der Stadt Kirtan tun werde. Schau zu, ob sich einer widersetzt. Heute werde ich das Haus des Kaji in Brand setzen. Lass mich sehen, was der Kaji tun wird. Heute werde ich weit ausgebreiteten Regen von Prema Bhakti regnen lassen und den Gottlosen ein Ende machen. Und er geht zu allen. Teilt mit, was ich befehle. Wer heute das Geheimnis Krishnas sehen will, der soll kommen, jeder mit einem großen Licht. Ich werde des Kajis Haus und die Tore des Kaji zerbrechen. Ich werde Kirtan tun und sehen, wer sich widersetzt. Alle Universen sind die Diener meiner Diener. Wo ich bin, kann da Furcht sein. Fürchtet euch nicht. Geht schnell, esst und kommt am Spätnachmittag wieder. Sie alle, Männer, Frauen, Kinder, sind voller Freude. Eiligst bereiten sie die Lichter vor mit viel Öl. Und als alle mit den Lichtern fertig sind, strömen sie zu ihm. Die Bhaktas versammeln sich bei ihm und er unterweist sie. In der ersten Gruppe wird Adwaita tanzen, die anderen singen. In der mittleren Gruppe wird Haridas tanzen, die anderen singen. In der dritten Gruppe wird Schrievers tanzen, mit anderen, die singen. Dann schaut er zu Nidyananda hin und Nidyananda sagt, ich kann dich nicht alleine lassen. Ich werde auf Schritt und Tritt bei dir bleiben. Ohne dich kann ich überhaupt nicht tanzen. Wo du bist, da bin ich. Das ist meine Bhakti. Er sieht den Strom von Prima Ananda in Nidyananda und umarmt ihn. Und er hält ihn bei sich. Die anderen Bhaktas tanzen in heller Freude, je nach ihrer Art, in selbstständigen Gruppen oder rings um Prabhu. Zahllose Bhaktas sind um ihn. Prabhu tanzt mit seinen ewigen Begleitern, die seine Waffen sind. Der Avatar, den der Sohn der Saji offenbar werden ließ, ist wirklich unerhört erstaunlich. Die Waffen des Allmächtigen sind seine Bhaktar Begleiter. Am späten Nachmittag beginnt Vishwambara mit den Bhaktas seinen Tanz durch die Stadt. Wie er sah, wurde frei von allen Bindungen. Der Tanz setzt mit einem Schrei ein. Humkara der alle überwältigt. Haribol Haribol in Klammer Sakkari Sakkari Sie alle zünden ihre Lichter an. Tausende Zehntausende Hunderttausende Millionen Lichter werden angezündet. Wer kann es beschreiben? War Freude selbst Avatar geworden? Mond Sonne Sterne Was schien? Alles ist ein riesiges Leuchten als ob Krishna in Gestalt eines ungeheuren Lichts sich offenbart hätte und Gauranga ruft. Haribol und alle um ihn herum fangen mit den Kirtan an. Alle haben Blumengränze mit Farbenpulver und Sandel sind ihre Leiber geschmückt. Sie spielen mit Schellen und Zimmeln. Von seinen Bhaktas umgeben tritt Prabhu unter die Massen im Raser des Kirtan. Alle rufen ineinander Haribol Prabhus Gestalt ist die Substanz der Weden die leuchtende goldene Gestalt lächelnd die Hände erhoben. Es war eine solche Masse von Menschen ein Senfkorn hätte keinen Platz gehabt und doch war es seine besondere Gnade alle konnten Prabhus Gesicht sehen. Alle rufen Haribol Die Masse setzt sich mit ihm in Bewegung jedes Haus ist glücksverheißend geschmückt mit Bananenstauden Kokosnüssen Mango Blättern Lichtern die mit geschmolzene Butter an jeder Tür brennen. Wer hat das alles getan? Alle Männer Frauen Kinder Alte keiner spricht alles sind ins Spiel des höchsten Glücks versunken in Gemeinschaft mit ihm ist ihnen die Welt nehmst allen weltlichen Beziehungen entschwunden Diebe die meinten in den von Menschen verlassenen Häusern so eine gute Gelegenheit zu stehlen auch sie wurden erfasst und sangen Haribol Die Straßen waren mit aus Puffreis hergestellten Süßigkeiten bedeckt Alle Straßen waren sanft und leicht Da meinte niemand das sei mein Preislied oder eine poetische Übertreibung Solche Dinge geschehen wenn Krishna seine Spiele hat Da kommen sie alle tanzen zur Ganga Prabhu tanzt und alle rings um ihn rufen Haribol Die erste Gruppe führt Advaita Die nächste Haridas Die nächste Shrivas und viele andere Gruppen von Tänzern und Sängern sind um sie herum Am Ende kommt Prabhu Gaurasundara wandelnd im Tanz Mit lieblicher Stimme singen die Bhaktas selbst diejenigen die nie im Leben gesungen haben Murari Mukundadatta Ramai Govinda Vakreshvara Vasudeva und alle anderen sind um Mahaprabhu der tanzt Nityananda und Gadatara je an seiner Seite beide mitten im Ozean des Nektars von Bremer Tanzend tanzend schreitet er dahin Millionen eilen herbei um ihn zu sehen Millionen von Fackeln werden entzündet alle Leiber leuchten wie Mondstrahlen bündeln und Millionen von Lichtern und Lampen leuchten auf und die Haribol Rufe heilen wie ein Meer und sein Tanz jeder Augenblick andere Veränderungen in seinem Leib in Klammer Ausdruck seiner Bremer Bhakti bald staubbeladen bald klar gewaschen überströmt vom Wasser seiner Tränen Fluten fluten dieses Zittern und Beben seines Leibes diese Schweißströme dieses Herrchen sträuben selbst die Gottlosen die es sahen selbst deren Herzen fingen an zu tanzen und der Tummel des Krishna Rufens erfüllt die Stadt überall Haribol und Tanz Hari und Rama Rama Hari und Rama Rama Hari so rufen sie alle die das große Glück hatten und sie tanzen alle wie schlugen sie den Takt mit den Zimmeln in der einen Hand das große Licht in der anderen den großen Ölbehälter unerhört wie konnten sie die Schellen spielen so war es Vaikuntha war in Navadvip offenbar geworden alle erhielten die Natur von Vaikuntha jeder der da war hatte vier Arme doch überwältigt vom Ananda Krishnas wusste niemand davon Fußnote 445 Vaikuntha im Sinn des ewigen Reichs von Naraina wo die Begleiter Gottes vierarmig sind keiner von allen wusste vom eigenen Leibe keiner hatte Kram oder Wehe sie stolpern wanken stürzen und dem einen oder anderen kommen heftige Worte auf die Lippen Wo ist denn heute dieses Bürschchen der Kaji lasst ihn nur kommen ich will ihm den Schädel einschlagen der eine oder andere will einen gottlosen erfassen zahllose throndrommeln zahllose Sänger wie von einem Regen von Bremer war ganz Nadia übergossen Am Gangesufer tanzten der König Waikuntas von allen seinen ewigen Begleitern als seinen Waffen umgeben und unendlich war das Glück der Erde das ganze Land wo sie hinschritten wurde heilig ohne Makel lasse meinen Sinn bei den Lotussen deiner Füße weilen oder Bogenträger lasse meinen Sinn bei deinen Füßen weilen so sangen sie das war das erste öffentliche Sankirtan von Gurajandra selbst Fußnote 446 hier ist Chaitanya nicht als Bhakta sondern Bhagavan die Sänger erleben ihn als den Avatar Rama mit dem Bogen bei anderen Gelegenheiten zum Beispiel Chaitanya Bhagavata 2 3 hat er wenn er sich als Bhakta wusste Kirtan seiner selbst in der Öffentlichkeit abgewiesen und er brüllt und er brüllt was sein Wesen ist und sofort ruft er etwas anderes mit dem Strohhalm im Mund Herr Herr und bittet um die Gabe der Bhakti wer versteht das Wesen des ganz großen Seins was immer er tut es ist sinnberaubende Lila der Vishwambara in Klammer der Halter der Welt der Prabhu der allmächtige Gott Vaikunthas Er tanzt in ganz Navadvipa Später werden die Veden es offen aussprechen dass der Ort Navadvipa das ewige Reich Shvetadvipa ist Unendliche Massen von Menschen strömen herzu Niemand wusste von Vater Mutter Kind Haus Alle im göttlichen Wahnsinn des Krishna Rasa Tanzend Singend Instrumente Spielend Einander auf die Schultern steigend Einander zu Füßen fallend Weinend Einer ruft Ich bin Nimaipandit Ich komme um die Welt zu retten Einer steigt auf einen Baum und springt hoch herab Einer sagt Ich bin der Tod des Kaji Wie Wahnsinn sind sie von ihm erfüllt Sie wissen selbst nicht was sie tun Als die Gottlosen diesen Wahnsinn der Stadt Leute sahen kamen sie fast um vor Ärger Wenn der Kaji bloß käme da liefen sie alle davon Komm lass uns rufen der Kaji kommt Und so leben sie in ihren Fantasien und schwätzen Doch Prabhu und Designen sind trunken im Tanz Er schreit Hum Karah Ströme von Tränen laufen über seinen Leib Seine ganze Gestalt zittert und bebt Hoch springt er in die Luft Stürzt wieder von der Höhe auf den Boden Nityananda weint und ist unfähig ihn zu halten Schließlich liegt Prabhu in Unmacht wie leblos Drei Stunden lang ist kein Zeichen von Atem Die Menschen sehen das Unerhörte und meinen Das ist der höchste Purusha Narayana Andere sagen So wie Schukta Pralada Narada Das kann kein Mensch sein Die Nachdenklichen Ein ganz großer Weischnaber Er ohne Bewusstsein der Außenwelt infolge des Rasa der höchsten Bhakti Sobald er nur ein Wort spricht Haribol entsteht ein wilder Ausbruch der ungeheuren Menschenmassen Hari Hari Wohin sich auch Prabhu im Tanze bewegt dorthin strömt die Menge Jetzt geht er in der Richtung auf das Haus des Kaji zu Gewaltiges Brausen von Kirtan Musik Hari rufen Der Richter hört den Lärm Er schickt Leute aus um nachzuforschen Sollten es Hindus sein die sein Gebot unbeachtet lassen Dann will er selbst hingehen und dem ein Ende machen Der Bote wurde von dem Ersten in der Masse mit den Worten abgefertigt Tod dem Kaji Der Bote lief schnell davon und berichtet Millionen strömen mit Nima Pandit Ein Strom von Lichtern Fackeln Nicht einmal ein König kommt so daher Andere wozu sich fürchten Der weint ja bloß in Leid Der Kaji Mir scheint der Nima Pandit hat da wohl seinen Hochzeitstag und das ist der Hochzeitszug Doch wenn es bloß das ist dass die Hindus sich meinem Verbot des Kirtan widersetzen dann werde ich ihnen heute noch die Kaste nehmen in Klammer sie mit Gewalt zu Mohamedanern machen Näher und näher kommt der Lärm Tanzend betritt der Edelste Prabu wie Schwambara das Viertel der Stadt Navadvib in dem das Haus des Kaji ist Millionen rufen Hari das Brausen der Musik Instrumente durchdringt das Universum da fasst den Kaji die Furcht und zitternd flieht er mit seinen Leuten die Mohammedaner stülpen schnell einen Turban auf den Kopf wer einen Bart hat hält den Kopf tief nach unten damit es nicht auffällt und im Herzen zitternd entkommen sie denn unter diesen Millionen von Menschen wer achtet schon auf den anderen hatte doch keiner auch nur Bewusstsein von seinen eigenen Leib da kommt Prabhu wie Schwambera beim Tor des Kaji an in Zorn versunken brüllt er dann sagt er wo ist der Bursche der Kaji bringt ihn herbei schlagt ihm den Kopf ab heute will ich das Land von den Mohammedanen freimachen wohin ist der Kaji entflohen zerschlag die Tore die Türen brecht die Mauern nieder der Sohn der Saji ist der innere Zeuge in allen Herzen wer wagt es sich zu widersetzen und vom Raser Chaitanyas trunken dringen sie in das Haus ein zerbrechen die Tore die Türen die Mauern brüllend brechen sie Bäume und Sträucher nieder verwüsten den riesigen Park und Blumengarten nichts blieb heil nachdem alles was man von außen erreichen konnte zerstört war rief Prabhu im Bewusstsein des göttlichen Weltzerstörers setzt das Innere des Hauses in Brand und entzündet Feuer auf allen Seiten lasst im Feuer braten was darinnen ist lasst mich sehen wer sich heute als Herrscher aufspielt und sich Übergriffe erlaubt Zeit Tod alle sind meine Diener ein bloßer Blickstrahl von mir brachte sie alle ins Leben ich wurde Avatarer mit dem Einsetzen des Sankirtan wer sich dem Kirtan widersetzt den werde ich umbringen und wenn einer auch ein verabscheuter Sünder ist wenn er Kirtan tut dann will ich mich seiner erinnern doch die Asketen Sannyasis Janis Yogis wenn sie nicht Kirtan tun so werde ich sie alle umbringen fürchtet euch nicht setzt das Haus in Brand heute werde ich alle Mohammedaner vernichten als die Bhaktas diesen Zorn ihres Herren sehen schlingen sie das Tuch um ihre Nacken heben zuerst die Hände und fallen dann Bravo zu Füßen und bitten ihn dein Teil Aspekt Shankarshan wird nicht außer der Zeit von Zorn erfasst wenn die Zeit zur Auflösung der Schöpfung kommt dann wird Shankarshan als Rudra Avatara und nachdem Rudra in einem Augenblick die Welt aufgelöst hat kehrt er wieder in dich zurück warum willst du solchen Zorn offenbar machen da doch schon ein Teil Aspekt deines Teil Aspekts alle die Welten vernichten kann die Weden besingen dich als höchsten einander der keinen Zorn hat warum willst du dieses Wort der Weden umstoßen Welt Entfaltung Erhaltung und Auflösung sind doch für dich bloß eine Lila der Kaji ist genügend gedemütigt worden wozu schon jetzt Leben vernichten siegreich ist wie Schwamberer der große König der König aller Könige der Herr aller Welten der wunderbar schöne goldgestaltene der auf dem Ananta ruhende der Gatte der Lakshmi in Klammer Rama da lachte Mahabubu als er die Worte seiner Diener hörte und rief Hari und im Raser des Tanzens schritt er fort in Klammer sich wieder als Bhakta wissend und alle taten Sankirtan und tanzten und sangen und spielten die Musik Instrumente Rama Krishna siegreich ist Govinda Gopala das brach den Gottlosen das Herz sie waren niedergeschlagen der Kaji bestraft und die Vaishnavas tanzten und sie sangen siegreich ist Krishna Mukunda Murari Vanamali in Klammer Krishna der den Waldblumenkranz trägt